Die liberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte hat laut Prognosen die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Die Volkspartei für Freiheit und Demokratie kommt auf 36 der 150 Sitze im Parlament, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtet. Rutte steuert damit auf eine vierte Amtszeit zu und spricht von einem überwältigenden Vertrauensvotum. Platz zwei erreicht laut den Prognosen die Mitte-Links-Partei D66. Drittstärkste Kraft wird wohl die rechtspopulistische Anti-Islam-Partei PVV von Gerd Wilders. Experten hatten damit gerechnet, dass Rutte sein Umgang mit der Corona-Pandemie zugutekommen wird. Die Pandemie hatte im Wahlkampf zuvor dominierende Themen wie die Migrationspolitik verdrängt. Um die 150 Sitze im Parlament konkurrierten Rekordverdächtige 37 Parteien. 17 schafften nun den Einzug ins Parlament, zwei mehr als bisher. Angesichts der zersplitterten Parteienlandschaft könnten sich die Koalitionsverhandlungen monatelang hinziehen. Welches Regierungsbündnis am Ende dieser Gespräche stehen wird, ist völlig offen.